Sie würden drei unschuldige Menschen ermorden, nur um mich zu fangen? Ich würde auch hundert ermorden, bedeutete das Ihren Tod. Drei Menschen, drei Schnitte. Ein hübsches Andenken an Mexiko. Rafael, um Sie daran zu erinnern, nicht wiederzukommen... Die Spanier ziehen endlich ab. Zauro hatte heute seinen letzten Rett. Blut lügt nicht. Zauro. Ich will, dass Sie weiterleben. Und wissen, dass Sie alles verloren haben, was Ihnen teuer war. Ich will, dass Sie leiden, wie ich gelitten habe. Wir lernen im Wissen, dass Ihr Kind hätte meins sein sollen. Ich vermisse meinen Bruder. Dein Bruder ist tot. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, kann man nichts daran ändern. Das Leben geht weiter. Wie soll ich tun können, was nötig, wenn ich nur noch eins empfinde? Was? Ich habe gegen das vierte Gebot verstoßen, Padre. Ein Ungebracht? Nein. Nein, das ist nicht das vierte Gebot. Das ist doch klar. Ja. Eines Mannes wegen hatte ich unreine Gedanken. Wollüstig. Ja, wollüstig. Die einzige Sünde wäre zu leugnen, was dein Herz wahrhaft empfindet. Nicht übel. Nicht übel. Ganz und gar nicht übel. Eine Frau hat man vor meinen Augen ermordet. Mein Kind wurde gestorben und von meinem Todfeind großgezogen. Montero? Montero hat irgendeinen Plan. Er führt mit Kalifornien was im Schilde. Nicht umsonst steht in seinen Diensten dein Kapitan Love. Wir müssen herausfinden, was genau er vorhat. Und dann? Was dann? Es geht jedoch nur um einen einzigen Mann. Eben nicht nur um einen einzigen Mann, sondern um Zorro. Sie waren nicht der Zorro, den ich gestern sah. Es war ihr Gebiet, der Don Alejandro. Ja. Aber es gibt viele, die die Maske des Zorro mit Stolz tragen würden. Die Maske des Zorro Im Juli 1998 ritt Zorro endlich wieder über die US-amerikanischen Kinoleinwände. Mit Die Maske des Zorro kehrte der Held nach seinem letzten Kinoabenteuer im Jahr 1981 wieder in die großen Lichtspielhörser zurück. Hier in Deutschland mussten wir uns allerdings bis Ende Oktober des Jahres gedulden, um den maskierten Helden zu bewundern. Der Film konnte weltweit ca. 250 Millionen Dollar einspielen bei einem Budget von ca. 95 Millionen Dollar. Was die Maske des Zorro zu einem sehr soliden finanziellen Erfolg machte. Die Entstehung des Films hat wie schon sein Held eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Widmen wir uns also erst einmal Zorros Vergangenheit. Zorro wurde 1919 von Schriftsteller Johnson McCulley erfunden, der seinen Helden in dem Palt-Magazin All Story Weekly der Welt in der August-Ausgabe des Jahres vorstellte. Seine Geschichte, The Curse of Capistrano über den maskierten Helden Zorro, was im Übrigen auf Spanisch Fuchs bedeutet, erstreckte sich über fünf Ausgaben. Diese fünf Ausgaben bildeten eine abgeschlossene Geschichte und McCulley plante nicht die Figur fortzuführen. Ein Beleg dafür ist beispielsweise, dass der Autor am Ende Zorro seine wahre Identität der gesamten Bevölkerung eröffnen ließ. Hollywood-Schauspieler Douglas Fairbanks hatte im Jahr 1919, demselben Jahr in dem Zorro erschienen, zusammen mit seiner Schauspielkollegin und zukünftigen Ehefrau Mary Pickford, Filmkomiker Charlie Chaplin und Filmemacher D.W. Griffith das Filmstudio United Artists gegründet und war nun auf der Suche nach geeignetem Stoff für sich und sein neues Filmstudio. Während er in den Flitterwochen zusammen mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Mary Pickford war, las Fairbanks die Zorrohefte und war begeistert. Hier sah der Schauspieler eine Möglichkeit, seine athletischen und körperlichen Fähigkeiten und zudem sein komisches Talent in einem actionreichen Film zu präsentieren. So kofinanzierte der Schauspieler den Film mit, schrieb mit am Drehbuch und spielte natürlich die Hauptrolle. 1920 erschien das Zeichen des Zorro und war ein großer finanzieller Erfolg und begründete somit Douglas Fairbanks Karriere als Action-Held weiterer vieler Kostümfilme. 1925 drehte Fairbanks mit Der Mann mit der Peitsche sogar eine erfolgreiche Fortsetzung. Nach dem Erfolg des Films Das Zeichen des Zorro wurden Johnston McCullis fünf separate Hefte 1924 schließlich unter dem Titel des Films oder auch manchmal noch unter dem Originaltitel der Heftserie erneut als gesammeltes Werk im Buchform veröffentlicht. Dieses verkaufte sich bis heute über 50 Millionen Mal und ist damit eines der am meisten verkauften Bücher aller Zeiten. Durch den Erfolg seiner Figur Zorro und dem Wunsch vieler Fans nach mehr Geschichten über den Helden fing McCullis an weitere Zorro-Geschichten zu schreiben. Bis zu seinem Tod im Jahr 1958 hatte der Schriftsteller über 60 Geschichten verfasst. Seinen ersten Auftritt in einem Tonfilm hatte Zorro 1930 in The Bold Caballero. In diesem sehen wir Robert Livingston als Zorro, was sicherlich eine seltsame Wahl war. Livingston hat wenig von einem Latin-Lover. Vornehmlich war der Schauspieler als Cowboy bekannt. Beispielsweise war er der Lone Ranger in einer Kino-Serial. Kino-Serials waren ca. 30-minütige Kurzfilme, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wöchentlich als Vorfilm vor dem eigentlichen Kinofilm liefen und meist mit einem dramatischen Cliffhanger am Ende jeder Folge endeten, um die Spannung bis zur nächsten Woche aufrecht zu erhalten. Shazam! Shazam! Also, apropos Kino-Serials. 1937 reitete John Carroll als Zorro durch die zwölfteilige Kino-Serial Zorro Rides Again. Für Republic Pictures. Dieser Serial sollten noch vier weitere folgen, die zwischen 1939 und 1949 produziert wurden. Alle nahmen sich enorme Freiheiten mit der zugrunde liegenden Story über Zorro und waren eher dem Western-Genre zugehörig und spielten somit meist um die Bürgerkriegszeit im Westen der Vereinigten Staaten. Eine dennoch erwähnenswerte Serial aus dieser Reihe ist Zorro's Black Whip aus dem Jahr 1944. In dieser Serial fällt das Wort Zorro nicht ein einziges Mal. Der Held der Geschichte wird Black Whip genannt, also die schwarze Peitsche. Die weitere Besonderheit ist, dass der Held der Geschichte in Wahrheit eine Frau ist. Linda Sterling spielt die Heldin, die hier korrupte Politiker bekämpft und das auch sehr tatkräftig. Eine absolute Besonderheit, eine Superheldin in den 40ern auf der Leinwand zu sehen. Im Jahr 1940 brachten die 20th Century Fox mit Schauspieler Tyrant Power das Remake zu Douglas Fairbanks 1920er-Verfilmung unter dem gleichen Titel im Zeichen des Zorro in die Kinos. Nachdem Warner Bros. mit ihrem Robin Hood Film ein Vermögen gemacht hatten, wollten die Fox auch ihren eigenen legendären Helden haben. So war Zorro die perfekte Wahl. Fox wollte sogar Robin Hood Darsteller Errol Flynn als Zorro verpflichten, der aber vertraglich an Warner Bros. gebunden war. So nahm man den schon unter Vertrag stehenden Tyrant Power. Der Film war ein riesiger Erfolg an den Kinokassen und ist bis heute ein beliebter Klassiker des romantischen Mantel-und-Degen-Genres. Anfang der 50er Jahre entwickelte niemand Geringeres als Walt Disney selbst Interesse daran, Zorro für das schnell wachsende Medium Fernsehen als kinderfreundliche Serie zu verwirklichen. Die Produktion zögerte sich zwar immer wieder hinaus, aber im Oktober 1957 reitete Zorro in Gestalt eines fantastischen Guy Williams über die Bildschirme, der für viele heute noch als der allerbeste Zorro überhaupt gilt. Die teuer ausgestattete Serie wurde in Schwarz-Weiß gedreht und in den 80ern für die Ausstrahlung auf dem Disney Channel koloriert. Zorro siehst in jedem Gefecht Die Serie war ein enormer Erfolg und gab Zorro einen neuen Popularitätsschub im Film. Das aber nicht in Hollywood. Während der 60er und 70er Jahre blieb Zorro ein beliebter Held unzähliger europäischer Produktionen, die oft durch ihre sehr fragwürdige Qualität bestechen. Ein Beispiel ist Zorro gegen Matisse, Kampf der Unbesiegbaren. Eine italienische Produktion aus dem Jahr 1962 mit niemand geringeren als Winnetou-Darsteller Pierre Brice als Zorro. Eine der besten Filme aus dieser Reihe europäischer Produktionen ist der schlichte betitelte Film Zorro aus dem Jahr 1975. Diese italienisch-französische Produktion hat den damaligen französischen Superstar Alain Delon als den maskierten Helden in der Titelrolle. Dieser Film verlagert Zorro aus dem alten Kalifornien und bringt ihn in das kolonisierte Südamerika. Ja, dann ist es Zeit für den Augenblick der Wahrheit. Ihr Exzellenz. Untertitel durchf catalogatische Reg personalne Untertitel durchf Läuen 1974 drehte ABC TV, einen Fernsehfilm, der als Pilotfilm zu einer möglichen Fernsehserie dienen sollte, mit Frank Langella als Zorro und Ricardo Montalban als Captain Esteban. Jedoch war Langellas Darstellung hölzern und die Fechtszenen schwach. Die Serie ging nie in Produktion. 1981 kam der für lange Zeit letzte Zorro-Film in die Kinos. Zorro auf der heißen Klinge versteht sich als Zorro-Parodie und präsentiert Schauspieler Guy Hamilton in einer Doppelrolle als Zorro und seinem schwulen Zwillingsbruder Bunny Wigginsworth. Im selben Jahr erschien eine 13-teilige Fernsehanimationsserie mit dem Titel The New Adventures of Zorro. 1995 erschien zudem eine Zorro-Animeserie aus Japan, die zwei Staffeln umfasst und auf RTL 2 zu sehen war. 1990 produzierte man in Zusammenarbeit mit amerikanischen, deutschen, spanischen, italienischen und französischen Fernsehsendern eine Zorro-Serie, die in Spanien in englischer Sprache gedreht wurde und mit dem kanadischen Schauspieler Duncan Rieger einen sehr guten Zorro hatte. Die Serie war sehr erfolgreich und lief für vier Staffeln mit 88 Episoden und wurde in über 35 Ländern ausgestrahlt. Durch den Erfolg dieser Serie dachte man in Hollywood, dass es doch langsam Zeit wäre, Zorro wieder auf die große Leinwand zurückzubringen. John Gertz, der damalige und auch heutige Rechteinhaber der Zorro-Lizenz, war nach dem Erfolg seiner neuerlichen Fernsehproduktion von Zorro nun auch sehr daran interessiert, einen neuen Zorro-Film zu produzieren. So schrieb er schon Mitte 1990 in Zusammenarbeit mit seiner Schwester Nancy Larson ein erstes Drehbuch. Gertz ging mit dem Drehbuch zu vielen namhaften Filmstudios und die Produzenten waren alle sehr angetan ob der Idee eines neuen Zorro-Films. Mit Warner Bros. und TriStar Pictures verhandelte Gertz schließlich am intensivsten. Columbia TriStar bot dann für Gertz das wohl interessanteste Paket an, da sie ihm eine Beteiligung von Steven Spielberg am Film versicherten. Steven war gerade bei den Dreharbeiten zu Hook, als man an ihn mit der Idee zu einem Zorro-Film herantrat und der Regisseur war begeistert. Steven war immer schon ein großer Zorro-Fan gewesen, seit er als Kind vormittags immer die Zorro-Kino-Serials gesehen hatte. Nicht umsonst ist eine der bevorzugten Waffen seines Helden Indiana Jones eine Peitsche. Steven schwebte einen Film mit Bezug zum Goldrausch vor und so verpflichtete man die Drehbuchschrauber Ted Elliott und Terry Rosio. Die beiden hatten zuvor das Drehbuch zu Disneys Aladdin geschrieben. Dennoch behielt Steven einen sehr hohen Einfluss bei der Bearbeitung des Drehbuchs. Die Entwicklung des Projekts zog sich. Möglicherweise hoffte man intern, dass Steven vielleicht selber Regie führen wollte. Aber der Regisseur war mit Jurassic Park und Schillers Liste schon völlig ausgelastet. Deswegen begann man erst Ende Oktober 1994 mit ersten Castings. Man hatte ernstes Interesse an Raul Julia als den alten Zorro und für seinen jungen Nachfolger war Andy Garcia angedacht. Am 24. Oktober 1994 starb Raul Julia mit nur 54 Jahren deutlich gezeichnet und abgemagert nach den Dreharbeiten an Street Fighter. Der Schauspieler hatte schon lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Als alter Zorro war gerüchteweise Sean Connery sehr begehrt. Aber nachdem Andy Garcia Mitte 1995 vom Projekt absprang, wurde noch einmal intensiv über mögliche Darsteller und Regisseure diskutiert. Steven Spielberg wollte erst Mike Solomon als Regisseur, aber dachte schließlich, dass der Film sehr spanisch werden sollte und wollte Robert Rodriguez. Robert hatte mit El Mariachi und seinem eigenen Remake von diesem Desperado Steven beeindruckt. Da ja Garcia abgesprungen war und Antonio Banderas als gerade aufstrebender Hollywood-Superstar gehandelt wurde, war Zorro wie gemacht für ihn. Zudem hatte Antonio die Hauptrolle in Desperado gespielt und kannte Robert somit schon gut. Allerdings sprang Robert aber doch vom Projekt ab, da er mit dem ihm zur Verfügung gestellten Budget einfach nicht zufrieden war. Schnell musste ein neuer Regisseur gefunden werden, damit die Dreharbeiten pünktlich beginnen konnten. Und man hatte Glück. Innerhalb von zwei Wochen konnte man Martin Campbell verpflichten, der mit seinem letzten Film Golden Eye den totgesackten James Bond fulminant ins Leben zurückholte. Martin verlangte aber etwas Zeit, um dem Film seinen Vorstellungen anzupassen. Er vereinfachte die Story, straffte die Action-Szenen, kürzte die Eröffnungsszene, vertiefte die Charaktere und restrukturierte den gesamten Höhepunkt des Films. Er wollte die mythischen Qualitäten Zorros verstärken und erhöhte den Anspruch, um junge wie ältere Zuschauer anzusprechen. Martin wurden zudem 20 Millionen Dollar mehr Budget zugeschoben. Ein Beweis für das Vertrauen, was der Regisseur genoss. Antonio Banderas hatte sich zu diesem Zeitpunkt in den Staaten schon einen recht klangvollen Namen gemacht. In Spanien längst ein Superstar konnte der Schauspieler in Filmen wie Interview mit einem Vampir, Philadelphia oder Assassins die Killer Aufmerksamkeit erregen. Lass mich überlegen, du hast dir erstmal ein Taxi besorgt und dann nur auf den richtigen Ruf gewartet. Das ist echt genial, Mann. Und dann hast du auch noch den Nerv, diese Nummer mit mir abzuziehen. Mann, ich schwöre dir, das hätte ich nie gemacht. In Vorbereitung auf den Film trainierte Antonio vier Monate lang mit dem spanisch-olympischen Fechtteam, bevor er sich schließlich dem normalen Training mit den anderen Darstellern anschloss. Für den alten Zorro war nach Connery auch der ehemalige Zorro Alain Delon eine Idee der Filmemacher. Aber man wollte dann doch den sehr begehrten Anthony Hopkins. Dieser hatte nach vielen sehr ernsten und sehr anspruchsvollen Filmen auch Lust nun ein paar mehr actionlastigere Filme zu machen. Während der Dreharbeiten zu seinem Film Aufmesser Schneide hatte Hopkins aber mit ziemlichen Rückenschmerzen zu kämpfen, weshalb der Schauspieler die Rolle des alten Zorro erst einmal ablehnen musste. Während der Dreharbeiten zu Aufmesser Schneide entschloss sich Hopkins aber einer einfachen Laseroperation an seinem Rücken zu unterziehen, die seinem Leiden ein Ende bereitete. Nach dieser Genesung meldete sich Hopkins bei Martin Campbell und verkündete ihm glücklich, die Rolle doch spielen zu können. Catherine Zeta-Jones war zum damaligen Zeitpunkt eine Newcomerin, die von Steven Spielberg selbst entdeckt wurde. Die Darstellerin war dem Regisseur eines Abends in der Fernsehminiserie Titanic aufgefallen und gleich am nächsten Tag im Feier die junge Schauspielerin für die Rolle der Elena bei Martin Campbell. Martin war auch sofort von ihr begeistert und wollte sie für den Part, obwohl abseits ihres Heimatlandes England so gut wie keiner sie kannte. Stuart Wilson spielt die Rolle von Diego de la Vegas Erzfeind Rafael Montero. Stuart Wilson ist ein in England geborener Schauspieler, der vom Theater kommt und in vielen Filmen Nebenrollen hatte. So war er in Filmen wie Little Weapon 3, Ninja Turtles 3 oder The Rock zu sehen. 2001 war er ähnlich wie sein Kollege Anthony Hopkins als alternde Legende in Gwynn, Prinzessin der Diebe, als gealterter Robin Hood zu sehen, der seiner Tochter Gwynn, gespielt von der jungen Keira Knightley, zur Seite steht. Matt Ledger spielt Captain Harrison Love, einen sadistischen, durch und durch bösartigen Mann. Matt's größte Rolle bis heute bleibt wohl sein Part in Die Maske des Zorro. Er hatte zwar immer wieder Rollen in Film und Fernsehen, der Durchbruch gelang ihm aber nie. Jüngere Zuschauer und Comicfans werden ihn aber vielleicht aus der Serie The Flash kennen, in welcher Earboard Thorn den Reverse Flash verkörpert hat. LQ Jones spielt Three Finger Jack Jones' Filmkarriere begann schon 1955 und seitdem hat der Schauspieler in über 60 Filmen mitgewirkt und in ebenso vielen Rollen im Fernsehen. Vornehmlich war der 1927 geborene Schauspieler in Western zu sehen. Die Dreharbeiten zum Film begannen am 27. Januar 1997. Der Film wurde fast ausschließlich in den Chorobusco Filmstudios in Mexiko gedreht. Alle Sets und Requisiten für den Film wurden auch von Mexikanern gebaut. Für den Film mussten ca. 60 Sets gebaut werden, welche von der erfahrenen Produktionsdesignerin Cecilia Montel beaufsichtigt wurden. Für den Film restaurierte man zwei fast 400 und 500 Jahre alte Haciendas, die völlig heruntergekommen waren, komplett neu. Kostümdesignerin war Graciela Marzon. Alle Kostüme wurden vor Ort in Mexiko hergestellt. Die Kostümdesignerin besuchte Museen und sah sich zahlreiche Bücher an, um alle Kostüme authentisch umzusetzen. Am Ende hatte sie über 2000 Statisten einzukleiden. Als Fechttrainer und Choreograf holte man Bob Anderson. Bob war ein ehemaliger olympischer Fechter, dessen Karriere beim Film über 50 Jahre spannt. Er trainierte Schauspieler wie Aaron Flynn, Sean Connery, Viggo Mortensen, Adrian Paul und Johnny Depp. Bob war auch bei allen drei Star Wars Filmen der Originalreihe als Choreograf tätig und war in das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi Ritter selbst im Darth Vader Kostüm und machte die Laserschwertduellaufnahmen selbst. Die Fechtduelle in die Maske des Zorro sind wahrscheinlich die besten Schwertkämpfe, die bis heute jemals in einem Film zu sehen waren. Sie strotzen voller Perfektion. Jeder Hieb, jede Bewegung scheint absolut durchdacht. Noch heute für mich unerreicht. Das Training der Schauspieler bestand außerdem aus Reiten. Tanzen und bei den nicht spanischen Schauspielern einen Akzent zu lernen, der glaubwürdig klingt. Während des Trainings mit der Peitsche bekam Hopkins großes Interesse an dieser und trainierte auch in seiner Freizeit mit dieser. So dass er den Regisseur doch um eine Szene bat, in der er etwas von seinen neuen Fähigkeiten zeigen konnte. So schrieb Martin Campbell die Szene, in der Diego mit der Peitsche die Kerzen löscht. Was im Übrigen nicht gefälscht ist, sondern tatsächlich von Hopkins gemacht wird. Schwierig gestaltete sich die Arbeit mit den Pferden, die alle Tornado und Zorros Pferd verkörperten. Es gab eine Handvoll verschiedener Pferde, die für bestimmte Aufnahmen benutzt wurden, aber die Geduld der Filmemacher ziemlich strapazierten. Manche Dinge wollten die Pferde einfach nicht machen, so dass man hier doch manchmal mit Tricks arbeiten musste. Die Explosion der Mine am Ende des Films lief nicht so, wie die Filmemacher sich das vorgestellt hatten. So explodierten beim ersten Mal nicht alle Sprengsätze, was zur Folge hatte, dass fast die gesamte Mine unbeschädigt blieb. Beim zweiten Mal explodierte nur ein Teil der Mine und der Rest blieb wieder unversehrt. Beim dritten Mal schließlich explodierte alles und der Regisseur schnitt alle drei einzelnen Explosionen zusammen, so dass sich eine unglaublich beeindruckende, riesige Explosion ergab, die sehr beeindruckend ist. Man beachte hier auch die coole Sounduntermalung, in der wir Gebrüll verschiedener Großkatzen hören. Schon die Eingangssequenz hat einen deutlich zu hörenden Pumaschrei. Zudem ist die Sounduntermalung aller Degen eine sehr umfangreiche Arbeit. Die Klingen sind aus Plastik und klingen auch dementsprechend. Jeder Hieb, jedes Treffen der Klingen und jeder Luftspringer braucht somit seinen eigenen individuellen Klang. Das Ende des Films wurde nach schlechten Bewertungen von Test-Screenings geändert. Im Originalende, von welchem man übrigens Aufnahmen im Filmtrailer sehen kann, treffen Elena und Alejandro nach Hopkins' Tod mit den befreiten Arbeitern aus der Mine auf dem im Film oft erwähnten General Santa Anna. Elena und Alejandro küssen sich und der Film endet. Das Publikum fand dieses Ende aber zu deprimierend, so dass man drei Monate nach dem Ende der Hauptdreharbeiten das jetzige Ende mit Alejandro und seinem Sohn am Kinderbett nachdrehte. Als Komponist verpflichtete man James Horner. James hatte zuvor den Soundtrack zu Titanic gemacht und war nun auf der Suche nach etwas thematisch völlig anderem. Als er mitbekam, dass sich gerade ein neuer Zorro-Film in der Produktion befand, fragte der Komponist selbst beim Registrar Martin Campbell an, ob er den Square komponieren dürfte. James wurde stark von dem Soundtrack zum scharten Hessen-Film Epos El Seed inspiriert, was man auch hören kann. Die Musik ist wirklich herausragend und ein klanglicher Genuss, den man in Hollywood-Filmen damals und heute kaum so zu hören bekommt. Der spanische und mexikanische Einfluss in den Stücken macht den Soundtrack einfach einzigartig. Es wurde auch ein Song auf der CD veröffentlicht, der am Ende des Films, wenn die Credits laufen, zu hören ist. Der Song I Want To Spend My Lifetime Loving You ist ein Duett der beiden Sänger Marc Anthony und Tina Arena. Der Song und seine Melodie dient auch als Grundthema für Horners Soundtrack. Wer den Soundtrack gerne haben möchte, kann ihn gebraucht für einen kleinen Betrag bei Amazon bekommen. Um den Film ordentlich zu promoten, kauften sich Tristar Pictures für 1,3 Millionen Dollar 30 Sekunden Werbezeit beim 32. Super Bowl, um einen Spot des Films zu zeigen. This summer, justice leaves its mark. The Mask of Zorro Außerdem wurde vor jeder Aufführung von Roland Emmerichs neuem Blockbuster Godzilla der Trailer zum Film gezeigt. Wie eingangs erwähnt war der Film finanziell ein solider Erfolg für das Filmstudio, musste aber schon in seiner zweiten Woche in den Kinos den Spitzenplatz der Kinocharts an der Soldat James Ryan abgeben, der ironischerweise ja von Steven Spielberg war. Bevor ich meine Meinung und Ansicht über Die Maske des Zorro erläutere, blicken wir auf das, was nach Die Maske des Zorro kam. 2005 erschien für viele und auch für mich selbst mit Die Legende des Zorro eine Fortsetzung zum Film von 1998. Sieben Jahre später also. Meine Freude war schon doch ziemlich enorm, denn so viel will ich hier schon verraten. Die Maske des Zorro war damals, wie auch heute, einer meiner Lieblingsfilme. Dementsprechend bin ich damals mit hohen Erwartungen ins Kino gegangen und kam schließlich völlig enttäuscht wieder heraus. Der Film hat so viele Probleme, dass es fast kein Ende nimmt. Positiv ist hier Antonio Banderas hervorzuheben, der wie schon im ersten Film einen tollen Zorro abgibt. Dennoch macht er alleine keinen guten Film. Der Streifen hat ein unglaublich tonales Problem. Der Grad an Humor und Ernsthaftigkeit ist nicht ausbalanciert. Das bedeutet, der Humor funktioniert fast nie und macht die ernsthaften Passagen dadurch lächerlich. Man kann hier nichts ernst nehmen. Die Story ist teilweise völlig hirnrissig und langatmig. Alejandro und Elena haben Eheprobleme, was so ziemlich das Letzte ist, was ich als Zuschauer sehen möchte. Ihr gemeinsamer Sohn Joaquin ist so unfassbar nervtüftend und anstrengend, dass es einem in den Fingern juckt, das Gehör mal übers Knie zu nehmen. Dem Film fehlen tolle Fechtsszenen. Er ist nicht romantisch, nicht spannend. Die Gegenspieler sind langweilig und lächerlich. Die Action-Szenen haben zumindest gute Stunts, aber ansonsten sind sie doch sehr austauschbar. Im Großen und Ganzen eine absolute Enttäuschung. Auch bin ich der Meinung, dass sieben Jahre zwischen Teil 1 und 2 einfach zu lang waren. Man ließ am Ende Raum für einen möglichen dritten Teil, aber ein schwaches Einspiel machte diese Möglichkeit dann doch zunichte. Im Jahr 2007 wurde zwischen Februar und Juli des Jahres eine in Spanien gedrehte Telenovela in Zusammenarbeit mit Sony produziert. Diese brachte es auf 117 Episoden. Musik 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 Im Jahr 2009 erschien eine auf Zorro basierende Serie, die für das Fernsehen auf den Philippinen produziert wurde. Diese Serie lief von März bis August des Jahres und brachte es auf 98 Episoden. 2015 produzierte Frankreich die erste computeranimierte Zorro-Serie, die Zorro The Chronicles heißt. Seit zwei Jahren arbeitet man nun ernsthaft daran, Zorro zurück auf die Leinwand zu bringen. Der sich in der Produktion befindende Film sollte zu Anfang erst unter dem Titel Zorro Reborn erscheinen, wurde später aber schlicht auf sie umgetitelt. Der Film soll soweit bekannt eine völlig andere Richtung einschlagen und an einer eher futuristischen Welt spielen. Zudem soll es hier so sein, dass es ähnlich wie die Maske des Zorro einen älteren Zorro gibt, der die Maske an einen jüngeren weitergibt. Dieser ältere Zorro, gespielt von Garel Garcia Bernal, soll dann Platz machen für die eigentliche Hauptdarstellerin Kersay Clemens. Somit hätten wir die erste weibliche Zorro-Version seit Linda Sterling 1944 als Black Whip über die Leinwand tritt. Zudem wäre zum ersten Mal ein dunkelhäutiger Darsteller in der Zorro-Rolle zu sehen. Ob aber alles wirklich so kommt, wird die Zeit zeigen. Bis hierhin würde ich aber die Maske des Zorro als den ultimativen Zorro-Film betiteln. Dieser Film hat einfach alles, was man von einem Mantel-und-Dingen-Film erwartet. Und sogar noch mehr. Der Film war schon vor 20 Jahren großartig. Und er ist es auch heute noch. Die Idee vom weisen Lehrer und jungen Schüler funktioniert hier prächtig. Die Beziehung der beiden ist sehr unterhaltsam und Hopkins und Antonios Chemie ist sofort spürbar. Alle Darsteller sind wirklich großartig und Antonio ist der perfekte Zorro. Er spielt seine Rolle mit absoluter Leichtigkeit und Unbekümmertheit, hat man das Gefühl. Er versprüht Charme, ist hellenhaft, romantisch und vor allem sein Timing, was die Komik betrifft, ist auf den Punkt. Und wenn er wirklich mal intensiv und wütend wird, ist das genauso überzeugend. Antonio verkörpert für mich all das, was ich von einem Zorro sehen möchte. Anthony Hopkins ist einfach perfekt für die Rolle gewählt. Auch er spielt mit einer Routine und Unbekümmertheit seine Rolle völlig glaubwürdig. Seine Rivalität mit Montero empfindet man als völlig authentisch. Zu Beginn des Films wird angedeutet, dass beide Männer sich seit Jahren bekämpfen. Und obwohl der Film nicht viel Zeit hat, das zu belegen, glaubt man es doch sofort. In der Szene, in der er in der Scheune gegenüber Elena steht, die nicht weiß, dass er ihr eigentlicher Vater ist, kann man all die Trauer und den Schmerz in Hopkins Augen sehen. Diese eine Szene bewegt mich immer wieder aufs Neue, wenn ich sie sehe. Stuart Wilson als Montero ist für mich auch eine großartige Besetzung. Man braucht hier einen Schauspieler, der mit dem Kaliber eines Hopkins mithalten kann, der eine ähnliche Präsenz erzeugt und der ob all seiner Bösartigkeit eine tiefe Menschlichkeit in sich trägt. Der Schmerz um seine nicht erwiderte Liebe zu Esperanza, Diegos Frau, und der Liebe zu der Diego-entrissenen Elena, die er als sein Kind aufzog. In der Szene, in der sich Diego und Raphael gegenüberstehen, steht Diego kurz davor, Raphael zu töten und dieser nimmt in seiner Verzweiflung Elena als Druckmittel und bedroht sich mit einer Waffe. Diego lässt sofort den Degen fallen und Raphael fragt ihn, ob er glaubt, dass er sein eigenes Kind ermorden würde. In diesem Augenblick sieht man in Hopkins' Blick eindeutig, dass er das wirklich glaubt. Der Zuschauer allerdings zweifelt daran. Wilson ist wirklich ein interessanter und vielschichtiger Gegenpart zu dem Helden. Interessant ist dann auch Kapitan Love, der nichts Menschliches hat und das pure Böse symbolisiert. Selbst Montero muss auf seiner Grausamkeit kurz verdutzt schauen. Die Beziehung zwischen ihm und Alejandro ist eine, die nur aus purem Hass besteht. Zorro tötet nie, aber Love ist so böse und grausam, dass Zorro hier mit der sicherlich übermäßigen Zustimmung fast aller Zuschauer diesen abgrundtief schlechten Menschen mit seinem Degen durchbohrt. Im Zentrum, wie es sich für einen Mantel-und-Degen-Film gehört, steht eine wunderschöne Frau, die für alle männlichen Hauptfiguren eine Bedeutung hat. So bringt man mit dem Vaterkonflikt zwischen Diego und Montero eine sehr spannende Dynamik mit ins Spiel und mit der Romanze zwischen Elena und Alejandro den Schuss Erotik, den man braucht. Ihre Fechtsinn in der Scheune ist schon sehr sexy und auch sehr witzig. Und das Knistern zwischen den Beinen ist sowieso heftig. Dennoch macht man aus Elena mehr als die typische Frau in Not vergangener Zorro-Adoptionen. Elena ist eine intelligente, ihre Meinung vertretene Frau, die gekonnt mit dem Degen umgehen kann. Trotzdem umgibt sie etwas Mysteriöses, was Männer immer anziehen finden. Catherine Zeta-Jones macht hier einen sehr guten Job, wenn man bedenkt, dass sie neben gestandenen Darstellern agiert und dass hier ihr erster großer Hollywood-Film ist. Der Film bietet großes Kino. Die Action-Szenen sind filigran in Szene gesetzt. Die zahlreichen Fechtduelle sind für mich bis heute die besten Schwertkämpfe, die je auf Film gebannt wurden. Die Stuntarbeit ist herausragend. Die Ausstattung, Sets und Kostüme sehen fantastisch aus. Mir persönlich fallen hier keine Punkte ein, die ich kritisieren könnte, da der Film mir genau das gibt, was ich von einem Zorro-Film erwarte. Ich habe auch noch nie jemanden erlebt, der mir gesagt hätte, dass er die Maskule des Zorro doof fand. Die meisten Zuschauer mögen den Film. Dies ist ein von vorne bis hinten absolut gelungener Abenteuerfilm. Und sicherlich der beste Zorro, der jemals über die Leinwand geritten ist. Das ist ein von vorne bis hinten.